Musik 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 Wir fahren heute ungefähr 60 Kilometer nördlich von Chiang Mai am Ufer des Flusses Ping entlang, an dem sich das Elefantendorf von Chiang Do befindet. Musik Musik Im Elefantentrainingzentrum kümmert man sich um das Wohlbefinden der Dickhäuter. Musik Jeder Elefant hat seinen eigenen Mahout. Musik Das ist der Führer, wie auch sehr oft der Eigentümer eines Arbeitselefanten. Musik Musik Dieser kümmert sich das gesamte Leben des Elefanten um ihn. Musik Die Elefanten arbeiten nur morgens. Nachmittags, wie auch nachts, haben sie die Möglichkeit, durch umliegende Tropenwälder umherzustreifen. Musik Musik Aus diesem Grund kann nur vormittags auf dem Elefanten geritten werden. Musik Musik Unterwegs auf der Fahrt, erhält unser Elefant immer etwas zum Essen. Musik Musik Er verspeist 150 Kilogramm Nahrung täglich. Musik Musik In prächtiger und unberührter Natur können hier Kraft und Geschick der sanften Riesen erlebt werden. Die Elefanten gehorchen den Mahouts, ihren Elefanten führen aufs Wort. Musik 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 Oh! 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 Hallo, Tina! Mama, Mutti, Mekka! Mutti, Tina! Nö, hast du nicht gesagt. Wir haben nichts mehr. Hallo! Hallo! Oh! 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 Dieser junge Elefant erhält nicht ausreichend viel Milch von seiner Mutter, so dass er auch anderweitige Milch angewiesen ist. Oh! Ah, Durst! Oh! 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 Nach dem Elefantenritt haben wir eine ungefähre Vorstellung davon, welche Kunststücke diese Dickhäuter in der Lage zu schaffen sind. Das wäre zum Beispiel eine Massage, Fussballspielen oder das Malen von Bildern. All das befindet sich in Ihrem Repertoire. Beobachten Sie das bitte selbst. Beobachtung. Applaus Musik Musik Auch das Tränkgeld nehmen sie selbst entgegen und übergeben es dann ihren Mahouts. Musik 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 Hau, hau, hau! Na ja, die, jeden! Goal! Na ja, die, jeden! Na skládně! Teďka mu dá gola! Masáže! Varměset. Ahun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go. Go, go, go. Dann erwartet uns noch eine Flussfahrt mit einem Bambusfloss auf dem Fluss Pink. Mit diesen Erlebnissen schließen wir die erste Hälfte dieses Tages ab. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020